Also meine Taktik beim Kreiszeichnen ist eigentlich normalerweise so komplett schnell den Kreis zu machen, also so aus dem Handgelenk so Ja gut, das war jetzt scheiße Ja, ein bisschen übermalt hier Ach schade, Heratek, ich versuch's mal langsam zu machen Ja, das kann man jetzt gleich schon knicken Das ist, ach Gott Na, das ist jetzt ein Oval Das ist jetzt wieder scheiße Das ist, oah Ja, der geht klar Ja, der geht klar, mhm